Ich zeige euch heute etwas ganz was anderes, nämlich ein Armband aus Filzkugeln. Diese Filzkugeln sind nicht aus Schafwolle, sondern aus Hundehaaren. Wenn ihr also eine Langhaarkatze oder einen Langhaarhund oder ein Kaninchen habt, dann könnt ihr das Tier einfach leicht bürsten und die Haare, insbesondere die Unterwolle, sammeln. Das Ganze geht ganz einfach. Ihr nehmt ein Stückchen Wolle und taucht es in Seifenwasser ein. Ich habe hier Olivenseife, recht viel Olivenseife reingetan und dann gibt das Ganze zwischen den Händen und beginnt das zu rollen. Einfach nur rollen. Und irgendwann ist die Filzkugel fertig. Durch die fertige Filzkugel habe ich mit einer Nadel ein Loch vorgebohrt, damit ich sie auf einer Stricknadel trocknen kann. So, und am nächsten Tag kann man dann die Filzkugeln, ich habe Bärlen dazwischen, hinaufgetan, auf eine Schnur geben. Ich habe so eine Flechtschnur genommen und dann habe ich noch einen ganz einfachen Verschluss gemacht. Ich habe die Flechtschnur abgeschnitten, dass sich die zwei Enden so überlappen und gerade noch auf die Hand passen. Und dann habe ich mit dem einen Ende einen Knoten um die eine Flechtschnur gemacht und das gleiche auf der anderen Seite. Mit dem Ende um die Flechtschnur einen Knoten machen. Ihr könnt das lose Ende dann abschneiden, aber gebt ein wenig Superkleber hinauf, damit der Knoten gut hält. Und dann könnt ihr, wenn ihr es anzieht, einfach die zwei Knoten nach innen schieben und das Armband wird größer. Viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche euch einen filzfrohen Tag.